Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Willkommen bei Hausflipper Willkommen bei Hausflipper Willkommen bei Hausflipper Willkommen bei Hausflipper Dies Spiel ermöglicht es dir Eure zu kaufen Sie zu renovieren Einzuliechen und dann sie zu verkaufen Bis dato musst du dich Mit dieser Bruchborde begnügen Die du dann eines Büro nennen darfst Außerdem steht dir in der Ein Laptop zur Verfügung Deine Steuerzentrale Neue Aufträge sind Eingetroffen Durch das abschließende Aufträge werden Neue Freigeschaltet Okay HGT Schaut dir alle neuen Artikel an Die du von dem ADTV Die er hält Also so entsperren Kann Den Puls Okay Wie ich gesehen habe Habe ich alles Gekauft und installiert Ja Ich habe das spiel Spiegel Insgesamt Ich habe schon lange lange her Wo ich nicht gespielt habe Ich habe auch gar nicht gespielt Und Genau So Und weil ich dachte Zeit zum Laptop zu gehen Und die Mail zu prüfen Und weil ich halt dachte Es kommt ja bald ein neue Teil raus Wie ich will jetzt mal den ersten Teil mal Äh Letzte Ferien gemacht haben Ach du Scheiße Okay Das schließt nochmal schnell wieder Ähm Ähm Ja Dein Laptop Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen Häuser kaufen und zwischen ihnen Switchen Du hast nicht nur Geld für ein Haus Aber es schaut so aus Als ob Ein Postvater Erster Auftrag wartet Okay Äh E Äh Mehil Sandra Ziegler Mein Ex-Fan hat die Herzen gut genug Äh Guten Tag Ich möchte gerne Dass wir mein Haus wieder in Ordnung bringen Äh Dass man Äh Jajaja Gut Akzeptieren Nächste Frage ist Kannst du den Taschmal beinschalten Du Elfdrucks Okay Überhören So Dem 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 Du hast einen Mob gehalten Glückwunsch Was anderes Werte Wahrscheinlich Nun kannst du direkt mein Mob reinigen Wunderbarer Mh 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 Oh Tortor E Mh 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 überschmutzung und hier die geräte zack 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 so hopp hopp oder noch müll 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 da will so sehr schön so muss man ein bisschen reinigen wo ist denn da verschmutzung ich sehe keine mehr okay egal um hallo da ja okay wir brauchen eine heizung also ist günstiger zack montieren und 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 zack also aufdrehen perfekte wo du verwenden geschützt die verbesserung das schnelle guter mob so nein das Zeug zack so Prozent aber werden genau Prozent 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 und so auf der Gertz für es jungen hat Verte Stoller abschließt müssen wirklich erst beenden sehr schön und das war unser auftrag blumen menschen weniger ok das ist schon 30.000 schon gut fast auskaufen ok das ist schon Mail, äh, hallo, ich hab das Haus, äh, zahm, äh, ja, wir machen das jetzt mal, wir machen das jetzt, äh, genau, das ist sehr schön, das hier auch eins vom DLC, äh, ein Pflanzer, perfekt, weil du kannst jetzt den Garten gestalten, wenn es pflanzen in der Kategie Garten im Shop auf dem Tablet, du hast Gartenschlauch vorgestellt, herzlichen Glückwunsch, du hast eine neue Tool vorgestellt, mit dem Gartenschlauch, kannst du Blumen gießen, die Wassertanks füllen und den Schmutz außerhalb des Hauses abwaschen, uh, aha, okay, fern und wollte, da, strahle die Ecken, so, äh, und Graut, ach, und Graut, ähm, und Graut, sehr schön, so, zack, zack, das war wirklich gut. äh, ach so. so, oh 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 oh, perfekt. Oh 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 oh. es geht auch schneller wie die Stadt sehr schön Fähigkeitspunkt cool Schauen wir die gleich mal an so na nur einer sogar da ist nur wo und ich streue die Decke zweifel und 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 da ist noch ein Gold äh pflanze pflanze ich brauche ein nadelstrau ja ach du scheiße ich war groß ja genau und die ist schön vom eingang her sehr gut so ist eine graben sehr schön und hopp und erde bedecken sehr schön und noch mal kurz wasser da hin zack mal kurz ist auch weg perfekt so der einpacken kies überall hin, schon verteilen, so, Pflanze. Zack, äh, zack, wir sind zweifelig, geil, ja, gehen wir dann so hin, oder buddeln, so, ob, 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 so, Pflanzen, mit der Erde ein bisschen zu machen, und ein bisschen gießen. Sehr schön, was soll ich da hier machen? Ah, das ist ein Zufall. So, jetzt machen wir, dass es ein bisschen schöner aussieht. Sehr, äh, Hilfe, Hilfe. So. Ups, heute ist es. So, dann sind wir hier drin, mit der Erde, so, oh. Ich sehe nix, Hilfe. Und nochmal diesen, perfekt. Jetzt nochmal das Gleiche. Halalala. So. So. Sehr schön. Okay, drei. So. Und bald wieder ein Loch. So. So. Und nach. Hopf. Sehr schön, wann wir hier rein. Und wieder mit Erd zu machen. Und Wasser drauf. Ist ja echt schön jetzt. Ja. Gefällt mir. 1061 Träumchen. Guck mal da. Allgemein, Freunde, ich will sagen, das war auch meine erste Folge. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne einen Like, da. Ich wünsche mir auch, dass ihr auch das Projekt Bock habt. Und, ja, das war's mit der ersten Folge. Schaut euch das nächste Mal vorbei. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.